In der Zentrale der Wiener Linien läutet das Telefon. Wiener Linienzentrale, ihr Bergwurst kann ich für Sie tun. Am anderen Ende ist eine vollkommen hysterische Frau. Grüß Gott, mein Name ist Maria Vassilaku. Ich bin, und das will ich betonieren, ich bin noch immer Vizemeisterbürgerin von Wien und ich will sofort Ihre selbst sprechen. Moment, 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 langsam, bitte um was geht's nicht überhaupt. Ich muss sagen, ich bin sehr böse auf Sie. Ich kann nicht mal mit der U-Bahn fahren, weil ich bei jeder Station höre. Wenn Sie wissen wollen, wie dieser Witz ausgeht. Sehr witzig, der Witzestammtisch. um 21.05 Uhr auf Kurs 4.